Hallo, ich bin die Kathi. Ich bin zuständig für die Druckswarten, für die Bewerbung und am 12. Oktober für den VIP-Bereich. Also für mich sind besonders wichtig meine Familie und meine Freunde. Ich versuche so viel Zeit wie möglich mit ihnen zu verbringen. Außerdem höre ich sehr gerne Musik bzw. mache auch sehr gerne selber Musik. Und Sport und Ernährung ist natürlich auch ein wichtiger Teil in meinem Leben, einfach um mich fit zu halten. Ich bin seit fünf Jahren Mitglied des Marathon-Teams und es macht mir einen wahnsinnigen Spaß. Es ist aber auch im Vorfeld ein riesiger Stress, aber es ist ein positiver Stress. Es macht wahnsinnig viel Spaß, wenn man dann einfach am Marathon-Tag dort steht und tausende Läufer bei dir vorbeiziehen und das minutenlang. Und man weiß einfach, man schaut in die Gesichter von den Läufern und man weiß dann, warum man das Ganze gemacht hat. Und dafür zahlt sich das auf jeden Fall aus. Lauf mit, komm zum Graz-Marathon. Graz oder gar nicht.